Guten Tag Flagquisi und heute zu einem neuen Video, ich zeige euch was in Rettet die Welt neu ist. Ihr seht schon, wenn ihr das Auge des Brainstorm Aufträge macht, bekommt ihr eine Waffe, eine Quelle der Angst und wenn ihr hier nochmal geht, bekommt ihr Konsequenzen aus dem Glas eine Strahlmaschinenpistole, die werden wir auch noch zeigen und wir gehen jetzt auf die Sammlungsskizzen, also die zeige ich euch auch noch, Eventskizzen, so, Albtraum muss ich kurz suchen, Albtraumwaffen, guckt jetzt, da sind die neuen Waffen, ich zeige euch die alle, das ist die Pulsbrügler, die Pulsbrügler in Gold, dann noch die Plasmalader, die Sternschnuppe in Gold und in Lilla und jetzt kommt's, die Railgun, Sturmschienengewehr, Jungs, das ist so heftig und Jungs, lasst alle ein Like und ein Abo da, danke dafür und ciao, euer Quisi.